hallo liebe abenteurer da sind wir wieder herzlich willkommen zurück zu herr der ringe online ich bin's andre und ja wir sind hier im lager der umwürz und wollen sehen ob wir die ein paar abzeichen abnehmen können abzeichen abnehmen können genau das war's zuckenbrecher jay die Na, was ist los jetzt? Haben wir uns kurz mal ganz tief in die Augen geschaut. Na, was ist los jetzt? Also der Sperrkollege, der hatte auf jeden Fall gerade eine Münze bei sich, aber es wird hier nicht angezeigt, wie gesagt. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR diese Münzen sind auf jeden Fall echt schwer zu kriegen abzeichen man die Sache immer Münzen ihr wisst was ich meine Münzen abzeichen ja guck mal da steht es jetzt drüber also Ongwurz Scharmützler aber wenn hier jeweils nur einer im Lager ist wie lange soll ich ihn brauchen gibt es sonst da ist noch einer ja 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 Wer ist das gewesen? Da unten. Guck mal da oben ist nämlich noch eins sehe ich gerade. Dann haben wir vielleicht Hoffnung. Hat er eine Ogre? Nein. Warte. Wirklich schade. Die haben das alle nicht. Verdammt. Sehr ärgerlich. Natürlich sehr hoch, da kann ich auch nicht runterspringen. Dann bin ich platt. Ich bin ein platter Zwerg. Auf jeden Fall sind hier eine Menge, Menge Hunde. Also hier lohnt sich das, den zu machen. Den Erfolg. Obwohl wir zwar erst 15 haben. Guck mal ich schon vor, als wenn ich schon 30 mehr gemacht habe. Ja. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist los mit denen? Heute sind nicht so gut drauf wie die Gegner. Das war's für heute. 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 Ich weiß gar nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.